Servus miteinander, ich zeige euch heute, wie man ein Dreieck beschriftet. Man fängt unten links mit A an und gegen den Uhrzeigersinn macht man weiter. Unten rechts kommt B und oben an der Spitze C. Die Seiten sind immer gegenüber der Ecken. Seite A ist gegenüber Ecke A. Seite B ist gegenüber Ecke B. Seite C ist gegenüber Ecke C. Die Winkel werden so beschriftet. Bei A Alpha, bei B Beta und bei C Gamma. Das sind griechische Buchstaben. Ich hoffe, mein Video hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal.